Hallo, wir sind das Duo Nr. 8, ich heiße Ana Carolina, ich komme aus Brasilien und ich bin Sängerin und ich studiere jetzt in Hamburg. Hallo, mein Name ist Megumi Kuroda, ich komme aus Japan und ich bin Pianistin und ich studiere auch in Hamburg. So freue ich mich. So öffne ich mich. Wie ich sage, so entspannt es. 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 Untertitelung des ZDF, 2020